Richtig warm sind die Reifen aber immer noch nicht, ne? Ja, kommt was? Ja. Warte, noch eine? Ja. Ah ne, die überholen mich, komm. Ja, höchstens der Junder, der hat einen Käfig drin, den lass ich vorbei jetzt. Ja, der ist ziemlich schnell unterwegs. Ich lass jetzt noch einen vorbei. Hallo. Ja. 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 Schau mal, jetzt auf! Das war's für heute. Und den Weg stehen tut er. Jupp. Wer geht aufs Pilot, zieht gerade einen Aufgang auf. Das ist ein Arsch. Das ist ein richtiges Arsch. Dann macht er einfach die Tür zu. Jetzt. Pass auf, warum? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, aber riskier nicht zu viel Ja Er macht ja einfach die Tür zu Yo 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 Ich bine süß Whoa Krass T13 Ja Bremsen ist super. Ja, hast du toll. Auch jetzt hier noch. Achtung. Oh, der blaue BMW, das war eine heiße Karre, der war am Schlingern, konnte fahren, das war ein Einsern, der war echt geil drauf, aber der hat gerade auch mit mir kommuniziert über den vor uns, den Penner. Ach, der war hinter dir, ne? Ja, den habe ich dann vorbeigelassen am Bründchen. Ist der an dem Mitsubishi vorbei? Ja, ist er eben nicht. Ich hatte ja die Hoffnung, dass er das packt, aber... Ja. Ja, es gibt so Leute, da machst du nix, das war auch bei dir echt knapp, ne? Ich weiß, ja. Das war echt krank, ehrlich.